Hummels lässt Zukunft erneut offen. Bericht über Mats Hummels zukünftige Karrierepläne. Der bekannte deutsche Fußballspieler und ehemalige Nationalspieler Mats Hummels hat erneut seine Zukunftspläne offengelassen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte der 35-jährige Innenverteidiger von Borussia Dortmund, dass er sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht festlegen wolle, was seine Karriere nach der aktuellen Saison betrifft. Fans und Experten spekulieren seit Monaten über den möglichen nächsten Schritt des Einstiegen WM-Helden von 2014. In dem Interview blieb Hummels jedoch vage und gab keine klaren Hinweise darauf, ob er seine Karriere fortsetzen, beenden oder möglicherweise eine andere Rolle im Fußball übernehmen wolle. Durch die Ausführungen in der Süddeutschen Zeitung wurde erneut deutlich, dass Hummels derzeit viele Optionen abwägt, jedoch noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat. Ich habe noch nicht entschieden, wie es nach dieser Saison weitergeht, so Hummels. Er fügte hinzu, es gibt viele Faktoren, die ich berücksichtigen muss, sowohl auf persönlicher als auch auf professioneller Ebene. Hummels, der sowohl in Deutschland als auch international große Anerkennung erfahren hat, steht vor einer entscheidenden Weichenstellung in seiner Karriere. Der 194 Zentimeter große Verteidiger, der zuletzt für Borussia Dortmund auf dem Platz stand, wurde im Verlauf seiner Karriere mehrmals als eines der besten Defensivtalente seiner Generation bezeichnet. Seine bemerkenswerte Fähigkeit, das Spiel von hinten aufzubauen, kombiniert mit seiner physischen Präsenz und taktischen Intelligenz, hat ihm eine Schlüsselrolle in jeder Mannschaft verschafft, in der er gespielt hat. Das hat ihn zu einer festen Größe in der deutschen Nationalmannschaft gemacht, mit der er den Weltmeistertitel 2014 in Brasilien gewonnen hat. Hummels Karriere begann bei Bayern München, wo er die Jugendakademie durchlief. Im Januar 2008 wechselte er zu Borussia Dortmund, wo er sich schnell als Stammspieler etablierte und maßgeblich am Gewinn von zwei Bundesligatiteln sowie dem DFB-Pokal beteiligt war. Nach einem erneuten Gastspiel bei Bayern München von 2016 bis 2019 kehrte er zu Borussia Dortmund zurück und spielte seither wieder eine entscheidende Rolle in der Verteidigung des BVB. In einem kürzlich geführten Interview mit dem Kicker äußerte sich auch Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc zu Hummels Zukunft. Mats ist ein essentieller Teil unserer Mannschaft und ein Vorbild für die jüngeren Spieler. Wir hoffen natürlich, dass er bei uns bleibt, aber wir respektieren seine Entscheidung, sagte Zorc. Diese Aussagen illustrieren, wie wichtig Hummels weiterhin für das Team ist und wie seine Entscheidung die Mannschaft beeinflussen könnte. In der Pressekonferenz betonte Hummels auch, dass er lieber eine Entscheidung trifft, die sowohl für ihn als auch für seine Familie die beste sei. Ich möchte nichts überstürzen, so Hummels. Es gibt noch einige Gespräche, die ich führen muss und ich werde im Laufe der nächsten Monate eine wohlüberlegte Entscheidung treffen. Die Ungewissheit über Hummels Zukunft hat in den Medien und unter den Fans für viele Spekulationen gesorgt. Einige sehen ihn in einer Rolle als Trainer oder Funktionär, während andere glauben, dass er noch einige Jahre als Spieler anhängen könnte. Ein weiterer Aspekt, den Hummels berücksichtigen muss, ist seine körperliche Verfassung. Mit 35 Jahren ist er einer der ältesten Spieler in der Bundesliga, aber zahlreichen Berichten zufolge befindet er sich nach wie vor in einer hervorragenden Verfassung. Er nimmt regelmäßig an Trainingseinheiten teil und hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass er noch immer auf höchstem Niveau spielen kann. Angesichts seines fortgeschrittenen Alters könnte aber auch ein Wechsel in eine weniger anspruchsvolle Liga oder ein Wechsel in den Ruhestand in Betracht gezogen werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch Hummels Engagement außerhalb des Fußballplatzes. Seine Präsenz in den sozialen Medien und sein Engagement in verschiedenen Wohltätigkeitsprojekten zeugen davon, dass er sich auch abseits des Platzes einen Namen gemacht hat. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Hummels nach dem Ende seiner aktiven Karriere eine Rolle als Botschafter oder Funktionär im Fußball oder in anderen Bereichen anstreben könnte. Die Bild-Zeitung berichtete zuletzt, dass sowohl Fans als auch Mannschaftskameraden gespannt darauf warten, wie seine Entscheidung ausfallen wird. Mats ist ein Spieler, der immer alles gibt und wir respektieren jede Entscheidung, die er trifft, so sein langjähriger Teamkollege Marco Reus. Deutschlandweit hoffen viele Fans, dass sie Hummels weiterhin auf dem Spielfeld sehen werden, während andere der Meinung sind, dass es an der Zeit ist, einem der talentiertesten Verteidiger seiner Generation ein würdiges Ende seiner Spielerkarriere zu ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, welche Schritte Mats Hummels in den kommenden Monaten unternehmen wird. Klar ist jedoch, dass seine Entscheidung weitreichende Auswirkungen sowohl auf Borussia Dortmund als auch auf den deutschen Fußball insgesamt haben könnte. Während die Spekulationen und Diskussionen weitergehen, bleibt Hummels selbst gelassen und konzentriert sich auf seine gegenwärtigen Aufgaben auf und neben dem Platz. Anita A. Sonntag zwölkt in Juni. Vielen Dank.